Jetzt bräuchten wir noch Jetzt bräuchten wir schnell mal noch zwei Eisen, Mensch Stinker Ähm Das ist ein verdammter Scheißendreck Fuck Scheiße, die Gruppe sind falsche Schrie Verdammt Ich muss tiefer in den Wald hinein Okay, warte Ein Schaf Zwei Schafe Es müssen mindestens drei Schafe sein Drei Schafe Das ist geil Das ist geil Niederunterstehen und den abbauen Da passiert das Das gibt's in noch größeren Massen In Riesenmassen teilweise So Warte Wie lange dauert das eigentlich Bis man Hm 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 Frag mich gerade Wie lange das eigentlich dauert Bis So ein Kaktus Ausgewachsen ist Wie kommen die Tintenfische auf einmal wieder da rein Die waren voll noch nicht da Ja Das Ist jetzt aber Ja Jawoll Kommt ja ihr Schweine Spring euch alle rum Ja 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 Ich bin der Killer Geboren auf dem Land Um Kille äh Kille Tintenfische Ich bin der Killer Geboren auf dem Land Um Kille Tintenfische Nein Verdammt Zecken gerade einen Fehler immer Oh nein Fällt gar nicht auf Komisch da hat man schon so ein Riesenfeld und es ist noch kein Weizen fertig Also merkwürdig, merkwürdig So ich fäll hier mal ein Tree Jetzt sind ja alle groß Aber wieso die auf Wieso die so klein sind Wieso die in freier Natur äh Natura immer noch größer werden Einfach nachher darauf achten ob da ein Setzling liegt Ach So schnell geht das Stehen schon die ersten Cool Meiner steht auch schon Hahaha So Das machen wir erstmal schnell Ne Truhe fertig Die Truhe stellen wir da hin Ah perfekt So, da kommt jetzt erstmal alle drin, von den Weizen, dass ich das nicht brauche, außer ditte, ditte, ditte und ditte. Oh mein Gott, das alle Weizen muss fertig werden. Ach, bei der Heiklenzweizen, bei der Neunzweizen, ach Mensch, 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 muss ich schnell mal gucken. Was machen wir denn denn hier anders, so sieht das hier noch ein bisserl besser aus. Eigentlich jetzt nicht. Ah, okay. Das ist gut. Das können wir uns schon mal merken, dass da was Schönes gerade war. Stimmt ja, hier hat er ja einen Aufgang gebaut, ganz vergessen. In den Aufgang bringen wir mal ein bisschen Licht rein. So, jetzt brauche ich schnell mal ein Kabel. Also, ich muss mal direkt meinen Kumpel fragen, den Default Player, wie es wäre, wenn er jetzt mal ins Mikro geht, weil ich muss höllisch pinkeln. Nö. Los, mach. Wir können einfach die, wir können einfach die Aufnahme, die haben bestimmt schon 20 Minuten. Wenn nicht, so ja schon eine halbe Stunde. Oder so, dann werde ich jetzt schnell mal was hier unternehmen. Wir werden einen auf diesen machen. Und einen auf diesen. Erstmal alles wieder ins Inventar aufnehmen. Ja, und dann werden wir uns an dieser Stelle mal verabschieden. Und die ersten Folgen kann man von jetzt an keine Ahnung wo sehen. Vielleicht werden wir sie zuerst auf unserer Seite haben. Oder bei uns. Aber auf jeden Fall werden sie da sein. Tschüssi, Lien. Man könnte auch noch schnell... Nein, 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 nein Vielen Dank.